Yo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf Crypto Anarchist. Wir schauen einmal rein. Der Preis von XRP heute bei 45 Cent, 1,1% nach unten. Ist nicht allzu schlimm für XRP, aber andere Coins, auch Waves, teilweise 10% nach unten. Das ist ein bisschen bitter und das zeigt natürlich auch, dass der Markt aktuell immer noch sehr, sehr rot ist und die meisten Coins gerade eher noch an Prozenten verlieren. Wir wollen auch gar nicht lange fackeln. Wir fangen direkt an mit dem ersten Tweet und zwar von XRP New Tee und hier geht es um eine neue Aussage von Brad Gardinghouse und die ist schon wirklich sehr, sehr konkret in der Aussage, sage ich mal, wann wir ein Ende sehen könnten und zwar sagt er hier, dass es in der Klage nur noch um Wochen geht und nicht mehr um Monate. Das finde ich eine spannende Sache und daraus kann man natürlich ziehen, dass es nicht mehr länger als drei, vier Monate dauern wird, sage ich mal, sondern eher in Richtung vielleicht sechs, sieben, acht Wochen, so in dem Zeitrahmen vielleicht. Klar, sonst könnte er es vielleicht ein bisschen konkreter sagen und nennen, wenn es jetzt noch eine Woche wäre oder sowas. Aber ich finde allgemein kann man daraus schon lesen, dass wir dem Ende sehr, sehr nahe kommen, denn wie gesagt, das Ganze wird natürlich nicht öffentlich sofort angekündigt, sobald es da eine Einigung gibt. Das wird mit Sicherheit erst intern verhandelt und all solche Sachen. Das heißt, da kann es jetzt nicht nur noch wirklich um Wochen handeln, laut Brad Gardinghouses Aussage und ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Es fühlt sich auch so ein bisschen an, als wenn hier XRP-Halter interviewt werden. Sparst ihr hier so ein bisschen rum und ja, das kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen. Also ich finde es ziemlich lustig, gerade diesen Ausschnitt hier, das hört sich teilweise echt so an, halt als ob Brad auch so ein richtiger XRP-Fanboy einfach ist, was ja in dem Moment erstmal positiv ist. Von daher ziemlich spannend. Schreibt mal gerne eure Prediction in die Kommentare. Vielleicht auch mit Tag, das wäre auf jeden Fall eine lustige Sache. Vielleicht können wir ein kleines Spiel draus machen. Also irgendwie, wer da in die Kommentare den richtigen Tag schreibt oder sowas, der bekommt dann da mal einen Shoutout und vielleicht ein kleines Geschenk. Können wir mal schauen. Also mal schauen, was denkt ihr bitte mal konkret mit Datum und Uhrzeit. Nein Spaß, also nur Datum oder Kalenderwoche, das würde auch reichen. Das Ganze zusammengefasst haben wir hier nochmal auf einem etwas komischen Meme, sag ich mal. Bam, Brad Garlinghouse just said, you expect the case to be done in weeks, not month. Und dann im Hintergrund diese komischen Herzen hier. Sieht so ein bisschen memehaft aus, aber ist natürlich von Linda P. Jones, also eine hochrangige Person im Space. Und von daher natürlich nochmal umso interessanter, dass sie das Ganze auch hier geteilt hat. Auf der anderen Seite tut sich tatsächlich auch offiziell vor Gericht was. Und zwar, dass dort eine Anwältin nicht mehr dabei ist auf der Seite von Ripple. Und da gibt es natürlich auch wieder die wildesten Spekulationen, wenn so eine Nachricht rauskommt. Und erstmal sagen dann viele Leute, sie will nicht mehr damit involviert sein und so weiter. Das war so die erste Reaktion. Ich glaube, das hat sich mittlerweile wieder gelegt. Und ich glaube, da gibt es nicht mehr so viele Leute, die es aktuell behaupten. Dann der nächste Punkt war, dass die Klage ja quasi schon fertig ist. Behaupten jetzt einige. Und dass deswegen nichts mehr wirklich zu tun ist. An sich verstehe ich natürlich den Punkt. Aber dann müssten ja auch andere Anwälte sich aus dem Fall zurückziehen. Und ich glaube, so offensichtlich darf man es dann doch nicht machen. Also bevor irgendwas offiziell angekündigt wird. So dieses, ja ja, wir lassen erstmal hier alle unsere Anwälte jetzt quasi. Weil das Ding ist eh schon durch. So in der Richtung. Bin ich mal gespannt. Aber ich glaube, die richtige Lösung hat der XRP Kryptowulf hier geliefert. Und zwar, dass sie einfach nur die Firma verlässt. Die Kanzlei, wo sie aktuell arbeitet. Und deswegen natürlich auch nicht mehr in der Klage involviert ist. Das Ganze sehen wir hier einmal. Den Antrag. Oh, hier haben wir das vierte Blatt. Aber hier haben wir natürlich den ersten Antrag. Kylie Shisul Kim. Spricht man genauso aus, by the way. Und das haben wir hier einmal. So ordered. Also es könnte dann entsprechend unterschrieben werden. Und ich schätze die Chancen auf 99,9%. Dass es genau so durchgeht, sage ich mal. Von daher hier eine kleine Sache. Wo man aber wieder sieht. Große Portale hier machen natürlich wieder die krasseste Story daraus. Von CoinGabe. In dem Fall war es aber wahrscheinlich ein bisschen simpler als das. Dann haben wir einen neuen Bericht. Und zwar Ripple 2023. Den New Value Report. Der ist veröffentlicht worden. Hier mit einer schicken Grafik. Also ich finde diesen Artstyle nach wie vor sehr, sehr cool. Also hier ein paar schöne Grafiken. Wo halt eben so XRP hier im Zentrum ist. So als Balance. Als Bridge Currency genutzt wird quasi. Und dann kann man hier verschiedene Coins so durchleiten. Auch Gold wird hier gezeigt. Dollar, Euro und so weiter. Ziemlich, ziemlich interessant. Also ist schon schön visualisiert, muss ich hier sagen. Hier sehen wir einmal ein kleines Interview zu dem neuen Bericht. Aber das müssen wir uns jetzt nicht anschauen. Aber es geht eigentlich hier um die Top 5 Crypto Trends. Die 2023 passieren werden. Und hier haben wir natürlich ein bullisches Szenario für verschiedene Arten von Tokenisierung und Realanwendung. Also hier zum Beispiel Tokenization Real Assets Grow. Und natürlich auch hier DeFi. Also hier kann man einmal den ganzen Bericht lesen, wenn man ihn möchte. Kann man sich den Bericht runterladen. Und hier entsprechend dann ein paar Berichte daraus mitnehmen. Dann haben wir hier The Wrath of Cayman mit einem neuen Bericht. Und zwar, dass der Ripple Nutzer SABB, also die SABB Bank, ist jetzt gerebrandet zu SAB. Ändert sich also nicht so viel. Sie müssen eigentlich bei den Gebäuden immer nur das hier weiß überstreichen, sag ich mal. Aber das sehen wir tatsächlich jetzt hier. Also neuer Brandname SAB und dann hier irgendwas, was ich nicht so gut lesen kann. Und ja, tatsächlich ist es eigentlich die gleiche Institution. Also hat damit erstmal nicht so viel zu tun. Aber der neue Marktwert nach der Fusion ist jetzt eben ungefähr 77 Milliarden Dollar. Also die Saudi Arabien Alawal und die SABB, jetzt eben nur noch SAB, also Saudi Alawal Bank, jetzt hier gerebrandet. Passend dazu hat der Ripple User D-Local jetzt eine neue Lizenz. Und zwar die Payment Lizenz in Wranda, Kenia, Nigeria und Südafrika. Das haben wir hier mal als Bericht. Also sie veröffentlichen ihr Presse-Statement und sagen, sie sind jetzt offiziell dort zertifiziert, dürfen dort Business machen. Ziemlich coole Sache. Man darf das nicht unterschätzen, was da auch an Volumen ist in diesen Ländern, beziehungsweise zum Beispiel auf dem ganzen Kontinent da. Und das ist mit Sicherheit ein Punkt, den Ripple sich auch nicht entgehen lassen will, wo sie in Zukunft auch weiter expandieren wollen. Wir hatten das ja zuletzt, ich glaube gestern ging es ja darum, dass sie auf der einen Seite organisch wachsen wollen und quasi über solche Partnerschaften ein paar mehr Nutzer erreichen wollen. Auf der anderen Seite aber natürlich auch anorganisch wachsen und einfach nur ganz, ganz viel aufkaufen wollen quasi. Was natürlich auch in der Form dann nicht schaden kann wahrscheinlich. Dann eine ganz spannende Sache. Stefan Huber haben wir hier einmal mit dem gesamten Ethereum Supply, der ja seit dem Merch jetzt auch deflationär werden kann. Und ganz spannend hier im Einjahreschart sehen wir auf jeden Fall für ein, zwei Tage einen Drop und zwar um mehr als eine Million Ethereum Supply, die auf einmal halt irgendwie weg waren oder irgendwo hin verschoben wurden. Keiner weiß es. Schon ziemlich spannend. Also so eine Art Einbruch hier sieht natürlich schon sehr, sehr wild aus. Wir sehen weiterhin gibt es hier eine große Deflation, was ich positiv finde. Also wenn man überlegt, dass man hier schon fast bei 120,5 Millionen war, dann wurden schon über 250.000 Ethereum verbrannt. Und das ist mit Sicherheit ein Trend, der sich noch fortsetzen wird, je mehr Ethereum genutzt wird. Von daher, das ist mal eine positive Umstellung, auf ein deflationäres System umzusteigen. Und somit wird das Ganze hier in Zukunft mit Sicherheit noch weiter am Preis appreciaten. No financial advice natürlich. Und die Frage ist halt eben, was ist dieser kleine Einbruch hier von einem Million? Es gibt keine richtigen Beweise bzw. richtigen Spekulationen bis jetzt da. Aber trotzdem einmal interessant, das hier so zu erwähnen. Dann haben wir hier einmal Whale Wire. Und da geht es um Uniceyfert, eine Cyber Security Firma. Sie hat jetzt es erfolgreich geschafft, die Private Keys aus einem Treasure Model T zu extrahieren. Also der Hardware Wallet. Aber keine Sorge, das hört sich jetzt erstmal schon heftig an. Die Sache ist natürlich, das Ganze muss vor Ort vorgenommen werden. Das heißt, da sind dann Spezialisten, die sich dann alle um diesen kleinen Stick versammeln. Und dann da verschiedenste Sachen testen und ausprobieren. Und probieren, da eben auf die Hardware drauf zu kommen. Ich glaube, uns sollte alle nicht verwundern, dass das physikalisch möglich ist. Auf den Stick quasi drauf zu kommen, wenn man ihn vor sich hat. Und da mit verschiedensten Gerätschaften irgendwelche Sachen zu überbrücken oder irgendwas zu resetten und so weiter. Also das finde ich jetzt gar nicht mal so heftig. Aber natürlich sollte man sich schon vor Augen halten. Nichts ist 100% sicher. Und im Endeffekt macht man sich, glaube ich, am wenigsten angreifbar, wenn man halt eben dezentralisiert. Wenn man so ein Gerät hat, aber auch andere Wallets und so weiter. Ich glaube, das ist mit am besten die Strategie, die es gibt, um sicher zu sein. Und genau so sehen wir das halt eben hier wieder. Das heißt also, wenn man physisch am Ledger dran ist oder am Treasure oder wo auch immer, dann hat man natürlich eine Möglichkeit, auf die Private Keys zu kommen. Dann kommen natürlich passend jeden Monat immer wieder die Leute, die fragen, wie man seine Flare-Token tatsächlich rappen kann oder auch delegieren kann, damit man in Zukunft weitere Flare-Rewards erhält. Und das sehen wir hier einmal. Das heißt also, wenn man da noch Interesse hat, seine Flare zu rappen, haben wir hier einmal einen schönen Thread. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Gerade zum Beispiel die Bifrost-Wallet ist, glaube ich, für die meisten Leute der einfachste und simpelste Weg. Und deswegen würde ich sagen, sollte man sich das definitiv mal anschauen. Wenn man E-Flare erhalten möchte, dann sollte man sie tausendprozentig auch rappen und delegieren. Das kann nicht schaden. Es ist kein zusätzliches Risiko oder sowas, aber hilft natürlich dabei, um weitere Rewards, weiteres passives Einkommen auch zu erhalten und zu verdienen. Dann noch ein kleines Update hier bei BitHomp, ein XRP-Ledger-Scanner. Sowas wie Etherscan für den XRP-Ledger, also ein sogenannter Explorer. Und sie haben hier ein neues Feature hinzugefügt, was das Ganze noch einfacher und übersichtlicher macht. Also hier ein paar Adressen rauszusuchen. Also diese .xrp-ledger-name-domains, wie hier zum Beispiel xrp-ledger-nft1, xrp-ledger-awesome-possum und solche Sachen alle. Also die ganz crazy Leute sind hier am Start. Save xrp-ledger, the real xrp-loctus. Also alle solche Kernspielereien hat man jetzt hier auf das Frontend von BitHomp gebracht. Also wer da nochmal ein bisschen reinschauen möchte, der kann das hier einmal tun. Und am Ende natürlich wie immer noch ein Fun-Tweet hier einmal von HodlFM. Accountants trying to talk with their clients about crypto-trading income. Dann how do you do, fellow kids? Ja, so kommt das dann manchmal schon so ein bisschen rüber. Man muss auch so ein bisschen wissen, wo zeitlich und historisch sein Platz ist so ein bisschen. Aber heißt ja nicht, dass sich ältere Leute nicht auch mit Bitcoin und Crypto und XRP und so weiter befassen können. Ich glaube auch in der Community haben wir hier auch ein paar Leute, die schon ein wenig älter sind. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wenn ihr noch von der älteren Generation seid. Natürlich müsst ihr jetzt nicht euren Alter oder sowas schreiben, solche Daten niemals exposen. Aber einfach mal so ein bisschen vielleicht, ob ihr noch so von der älteren Generation kommt oder ob ihr eher so freshe fellow kids seid. Ich habe mich natürlich gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Wir sehen uns spätestens morgen um 18 Uhr wieder auf diesem Kanal zu neuen News rund um den XRP-Markt und um den Kryptomarkt allgemein. Bis dahin schreibt mir doch mal gerne alles, was euch so bedrückt oder was euch so positives widerfahren ist in den letzten Tagen in die Kommentare. Ich lese mir wie immer alles durch. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Ciao. Ciao.